Hallo, mein Name ist Patrick Matthias Mayer von der Firma Agrarservice Mayer aus Teichgut. Wir produzieren heute Biomasse, ca. 4.000 bis 5.000 Kubik für die thermische Verwertung und machen heute die Holzanfuhr mit sechs Sattelzügen, zwei Kranzügen. Wir haben in der Forsten Mobilbagger für die Verladung und liefern jetzt hier Just-in-Time-Kalamitätenholz an, sprich Windwurfholz oder Käferholz und produzieren diese Biomasse mit zwei Jenshackern. Wir haben in der Forsten Mobilbagger, die wir in der Forsten Mobilbagger, Das war's. 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 Das war's.